Hallo, ich bin die Britta Jan und ich hätte damals nie gedacht, dass Forever mein Leben so zum Positiven verändern würde. Ich hatte früher vier Geschäfte im Beauty-Bereich, stand ständig unter Strom, Termindruck, Stress, Probleme mit Mitarbeitern. Ja, ich habe schnell gemerkt, dass ich durch die Produkte einfach fitter, vitaler war. Ich hatte mehr Kraft, mehr Energie, ich habe mich viel besser gefühlt und habe mich dann auch für die geschäftliche Möglichkeit interessiert. Es ist möglich, Karriere zu machen und trotzdem genügend Zeit für Familie, Hobbys und Reisen zu haben. Und meine wirtschaftliche Situation hat sich seitdem total verändert, verbessert, wofür ich unendlich dankbar bin. Ich liebe heute diese Freiheit und diese Unabhängigkeit und das gebe ich gerne an andere Menschen weiter. Es ist mein absoluter Traumberuf und vielleicht auch für dich. Bis dahin!